Hi Pyros, wir testen die Supreme Shots, die gibt es... Das hast du sehr gut formuliert, das stimmt doch. Hi Pyros, wir testen die Supreme Shots von Nico. Wir reden im Kreis, das hast du gerade schon gesagt. Für 4,99 beim Norma zu kriegen, drei 30 Millimeter Bombenrohre. Wir haben insgesamt 60 Gramm NREM, das heißt 20 Gramm pro Rohr. Ich will es gar nicht hören, ich habe dir meine Meinung klar gesagt und wir beenden es mal einfach. Und mal sehen, wie die sind. Bis gleich zur Zündung. Ich finde es schäbig, was du da machst. Schluss, Ende der Debatte. Tschüss. So Freunde, der Supreme Shot in Rot. Wow, sehr geil. Jetzt haben wir den Supreme Shot in Blau. Auch sehr, sehr nice. Und den Supreme Shot in Silber. Wow, klasse. Super Teile, die kann man durchaus mal mitnehmen. Ich hoffe es hat euch gefallen Pyros, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao,123 www.L- cor plaintiff.htOLgrohe.ht für 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020